Servus Elder Scrolls Freunde, willkommen hier zum nächsten Video. Einmal zu den News, was kommt im Chronoshop im Monat August neu rein. Und das möchte ich euch jetzt hier einmal kurz zeigen. Kommen wir gleich zu den Kostümen und zwar gibt es da ein neues Kostüm und zwar der dunkle Schamane. Ich selber muss jetzt sagen, der Helm gefällt mir nicht so gut, aber ich denke einigen Leuten wird es auf jeden Fall gefallen. Das Ding kommt zeitbegrenzt raus vom 25. bis zum 29. August auf allen Plattformen. Schauen wir uns einmal die Reittiere an, da gibt es ein Hist Guar, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ich bin da auch schon mal eben auf den PTS drauf geritten. Sieht eigentlich so aus wie bei Gears of War 3 die Locust, auch mit diesen gelben Spritzern. Sieht auf jeden Fall recht ähnlich aus und ist auf jeden Fall ein cooles Reittier. Das kommt einmal am 16. August auf allen Plattformen raus. Dann gibt es noch ein zweites Reittier und zwar der Maskenbär. Finde ich sieht auch relativ cool aus. Der kommt am 25. bis zum 29. August auf allen Plattformen raus. Dann kommen wir einmal zu den Begleitern und ihr könnt mich jetzt korrigieren. High Motor, Schlüpfling, keine Ahnung wie das Ding heißt. Sieht auf jeden Fall recht cool aus, läuft bestimmt nett hinterher. Kommt am 16. August auf allen Plattformen einmal raus. Dann wurde ja schon vorab bekannt gegeben, dass man ja sein Volk zum Beispiel wechseln kann oder den Charakter neu designen kann oder auch die Namensänderung machen kann. Das ist natürlich dann auch im Kronenshop erhältlich. Und ja, das kommt ebenfalls gleich zu Beginn raus, sobald das Update einfach verfügbar ist. Dann gibt es noch ein Paket mit Verzierungen, Bemalungen, die Frisuren. Ich kann euch hier ein paar Bilder dort mit reinschneiden. Das ist auch gleich zu Beginn erhältlich und kann man sich dann sofort anziehen. Kommen wir einmal kurz zu den Persönlichkeiten. Es gibt drei verschiedene Persönlichkeiten. Somit war es zumindest auf dem PTS so. Einmal betrunken, dann ist man halt zwei verschiedene, wie man halt besonders gepost hat. Fand ich jetzt nicht allzu cool, aber die kann man sich dann auch ab sofort, wenn das Update draußen ist, auf allen Plattformen einmal kaufen. Das war es eigentlich soweit mit dem Kronenshop, mit den News. Mehr gibt es im Monat August nicht. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen, hat euch geholfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Ich bin weg. Ich bin weg.